Tja, liebe Leute, was soll ich sagen? Es ist mal wieder soweit. Es gibt ein neues Video. Und wie man das natürlich schon der Überschrift und auch innerhalb des Thumbnails erkennen kann, geht es um eine Kamera, die ich jetzt endlich mal ausführlich testen durfte. Und eins kann ich euch schon mal sagen, mein erster Eindruck aus dem Video von den letzten Wochen ist auf jeden Fall besser geworden. Es gibt aber auch einige Dinge, die wieder dafür sorgen, dass ich sage, Canon, was ist denn da los? Aber egal, lasst uns nicht lange schnacken. Ladies and Gentlemen, Freunde der Leichtunterhaltung, los geht's. Die Canon EOS R5 Mark II ist nicht nur ein Upgrade. Nein, und das meine ich ganz ehrlich, meine Damen und Herren, sie ist ein wahres Technikmonster. Laut Canon gibt es über 100 Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger und diese lassen das Herz von vielen Fotografen und Videografen gleichermaßen höher schlagen. Ich würde auch super gerne auf alle diese Verbesserungen eingehen wollen, nur sprengt das dann wohl den Rahmen dieses Videos. Von daher nehme ich davon dezent Abstand. Das Gehäuse ist dem Batmobil nachempfunden und wirkt ein Stück weit wie ein Panzer, wie man es halt von Canon gewohnt ist. Es ist also nicht nur stabil gebaut, sondern auch gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet. Die Bedienelemente sind vertraut platziert, weisen jedoch hier und da auch einige kleinere Veränderungen auf. Der Umschalter zwischen Video und Foto liegt zum Beispiel nun da, wo bei der R5 der ersten Generation noch der Power-Schalter war. Dieser ist dann aber dafür auf die rechte Seite gewandert und lässt sich, wenn auch ein wenig umständlich, wie ich finde, einhändig bedienen. Und ich sage es noch einmal an dieser Stelle, das gefällt mir bei Sony und auch bei Nikon auf jeden Fall besser, weil hier die Umschaltung, der Anschalter, irgendwie alles einhändig bedienbar ist. Aber das ist auch nur ein persönlicher Geschmack. Der AF-Joystick ist nun nach außen gewölbt und bekommt zumindest für mich einen fast rutschigen Eindruck. Mir hat die Innenwölbung bei der ersten R5 Mark I irgendwie besser gefallen. Mit dem OLED-Sucher und seinen 5,76 Millionen Bildpunkten sieht die Welt schärfer aus als jemals zuvor. Und das meine ich wirklich ernst, denn dieser riesengroße Sucher ist für mich als Sony-Nutzer ein Augenschmaus im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allem, weil ich als Brillenträger mir das Sucherfenster verkleinert darstellen kann. Das schafft Sony irgendwie auch nicht umzusetzen, beziehungsweise nur bei ihren Flaggschiff-Kameras. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Und hier bei der Canon R5 Mark II umso besser. Und richtig cool ist auch eine Art Beschichtung, die dafür sorgt, dass das Teil, also der Sucher, bei schnell wechselnden Temperaturen nicht beschlägt. Krass. Ebenso krass auch das 3,2 Zoll große Display, welches irgendwie das Maß aller Dinge ist und mich wiederum als Sony-Nutzer ein Stück weit eifersüchtig macht. In meinem Test hatte ich zudem das Gefühl, dass dieses eigentlich ja sowieso schon extrem gute Display nochmal besser, beziehungsweise heller geworden ist. Perfekt also für sonnige Tage, an denen man sonst nur auf das Display starrt und sich fragt, ob man wieder mal zum Augenarzt muss oder die schlechte, zu erkennende Darstellung am Display selbst liegt. Besitze ich das Fisheye-Objektiv, also das RF 5,2 mm, um 360-Grad-Aufnahmen zu machen, lassen sich diese erstellten Fotos nun sogar auf dem Display als fertiges Bild und nicht nur in Form dieser zwei bescheuerten Kreise darstellen. Das finde ich richtig, richtig cool. Mit nur 746 Gramm liegt das Teil kennentypisch mal wieder extrem gut in der Hand und sorgt dafür, dass man sie auch nur sehr ungern wieder aus der Hand geben möchte. Der neue BSI-Stacked-Sensor mit seinen 45 Megapixeln bringt nicht nur eine atemberaubende Bildqualität und einen wirklich guten Dynamikumfang an den Tag, sondern stabilisiert mit passenden Objektiven auch bis zu 8,5 Blendenstufen. Das habe ich natürlich getestet und bekam auch da einen sogenannten Schlag ins Gesicht, wenn ich an meine Sony denke. Nichts für ungut. Die Sony, also meine Alpha 7 IV, die hat eine gute Stabby. Das ist alles in Ordnung. Aber die Canon mit dem passenden Objektiv... Respekt. Versteht das bitte nicht falsch. Die Sony macht das gut, aber die Canon hier. Also ich meine, eine Aufnahme aus der Hand mit einer halben Sekunde Verschlusszeit, das ist hier für die Kamera gar kein Problem. Der neue Sensor zeigt darüber hinaus in höheren ISO-Bereichen weniger Rauschen und bringt mehr Details ans Licht. Und ja, auch das hat mich zum Staunen gebracht. Klar, wir haben hier Pixel, wir haben hier ein Rauschen. Logisch. Aber für diesen Wert ist das Verhältnis hier richtig, richtig gut. Der Dual-Pixel CMOS AF2, gepaart mit der Kraft des Digic-X-Prozessors und einem brandneuen Digic-Accelerator, macht den Autofokus sehr schnell und präzise. Der Autofokus lässt sich jetzt im Fotobetrieb bei der R5 II auch mit den Augen für bis zu sechs Personen steuern. Also es können hier sechs verschiedene Augen sozusagen reingucken und sollen sogar mit getönten Brillengläsern funktionieren, zumindest auf dem Papier. Denn egal, wie oft ich das System kalibriert, eingestellt oder feingetunt habe, bei mir hat das einfach nicht funktioniert. Vielleicht liegt das an meinem Silberblick. Ich habe keine Ahnung. Oder einfach, dass ich zu doof bin, das einzustellen. Wirklich, das war ein bisschen nervig. Ich habe das ohne Brille, mit Brille, auf dem Kopf, mit geschlossenen Augen versucht. Es hat nicht so richtig funktioniert. Es saß immer, also dieser Autofokuspunkt, saß immer gefühlt so zwei, drei Millimeter neben dem, wo ich eigentlich hingeguckt habe. Der AF, und das ist neu, erkennt übrigens auch jetzt aktive Spieler, zum Beispiel beim Fußball, und behält diese fest im Blick. Also so, als ob die Kamera Gedanken lesen könnte. KI-basiert erkennt die Kamera dann sogar, wo der Ball zum Beispiel hingespielt wird und priorisiert den angespielten Spieler. Und was ich wirklich richtig cool finde, und das gebe ich auch mal wieder an der Stelle zu, ist diese Motiverkennung. Also die automatische Autofokus-Motiverkennung. Denn die ist jetzt neu bei der R5 Mark II und gefühlt für mich noch mal besser als bei einer R6 Mark II zum Beispiel. Ich war mit dem Ding unterwegs und habe Fotos gemacht. Und zwischendurch habe ich immer gedacht so, mein Gott, das mit dem Autofokus fällt, das ist doch Schrott. Plötzlich liegt das irgendwo im Hintergrund und wo auch immer. Bis ich dann erstmal selber gecheckt habe, Moment mal ganz kurz, da wo jetzt der AF-Punkt sitzt, wo ich ihn eigentlich gar nicht haben wollte, sitzt aber ein Vogel im Gebüsch. Also die Kamera hat vor mir irgendwie einen Vogel erkannt oder sowas. Das ist natürlich, das ist krass. Mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde, in voller Auflösung, das Ganze auch noch blackout free, in RAW und mit 14-Bit-Farbtiefe, ist die R5 Mark II für ihre Klasse die wohl beste Kamera aktuell auf dem Markt. Mit elektronischem Verschluss schafft sie eine Belichtungszeit von einer 32 Tausendstel. Mechanisch schafft sie übrigens die übliche 1 Achttausendstel Sekunde. Und was hier auf dem Kanal ebenfalls üblich ist, wenn ich eine solche Kamera in der Hand habe, ist die Tatsache, dass ich so etwas Wunderschönes von Foto Köster zur Verfügung gestellt bekomme. Die Jungs und Mädels aus der Filiale, beziehungsweise der Chef im Groben gesagt, gibt mir die Möglichkeit für euch diese Kamera zu testen, beziehungsweise generell Kameras hier auf meinem Kanal zu testen. Und genau aus diesem Grund möchte ich mich einmal an dieser Stelle ganz, ganz recht herzlich bei Foto Köster bedanken. Geht da mal in die Filiale. Schaut mal nach links, schaut mal nach rechts und sprecht einen von den Beratern an und lasst euch vielleicht sogar mal diese Kamera zeigen. Und cool, aber auch nichts Neues, ist die Personenregistrierung, die übrigens bis zu 10 Personen einstellen, beziehungsweise abspeichern kann. Ich persönlich bin ja auch oft auf Hochzeiten unterwegs und nutze diese Funktion wirklich total gerne. Okay, aber kommen wir mal zu den Fotos, die ich mit dieser wundervollen Kamera geschossen habe. In meinem Test hatte ich das 24-105mm f4.0 und war dementsprechend flexibel unterwegs. Super angenehm und handlich konnte ich so den ganzen Tag durch die Gegend laufen und hier und da immer mal wieder schöne Fotos aufnehmen. Sollte ich nicht immer mit den vollen 45 Megapixeln rumlaufen wollen, kann ich die Auflösung auch auf nur 24, 12 oder 3,8 Megapixel verringern. Das allerdings schießt dann nur Bilder in JPEG. Möchte ich allerdings weiterhin in RAW aufnehmen, kann ich hier maximal entscheiden, ob ich ein unkomprimiertes oder ein komprimiertes RAW abspeichern möchte. Und ja, die Bilder sind top, keine Frage. Schöne Farben, schöne Kontraste, eine geile Dynamik, alles auf den Punkt. Möchte man mehr als die 45 Megapixel haben, muss man leider auf eine Pixelschifffunktion verzichten. Das hatte ja noch die Canon R5 Mark I. Dafür kann man aber jetzt im Nachhinein ein bereits erstelltes Foto intern auf bis zu 180 Megapixel hochskalieren. Und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, macht diese Methode sogar ein Stück weit mehr Sinn, weil ich so bei der eigentlichen Pixelschifffaufnahme jetzt nicht mehr darauf achten muss, dass sich im Bild nichts bewegt. Denn dann bekommt man so ganz komische, verschwommene, wisst du, was ich meine? Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Das wird jetzt in Zukunft definitiv besser funktionieren und bessere Ergebnisse liefern. Cool. Fokus-Bracketing und Pre-Shot sind übrigens ebenfalls mit der Canon R5 II möglich. Die Pre-Shot-Funktion ermöglicht im Videobetrieb, fünf Sekunden vor der eigentlichen Aufnahme bereits zu starten. Im Fotobetrieb sorgt es für die Aufnahme von 15 Fotos vor der eigentlichen Aufnahme. Genau das Richtige also, um in dem ganz bestimmten Moment ein gutes Foto hinzubekommen. Gute Fotos konnte Canon allerdings auch schon vor 20 Jahren und stand damit wahrscheinlich auch immer schon an der Spitze der Kameraindustrie, möchte ich mal ganz stumpf behaupten. Aber ja, dank der schnellen und treffsicheren AF-Performance macht Fotografie mit dieser Kamera mehr als nur Spaß. Videografie ist jedoch auch ein großer Spaßfaktor mit der neuen R5 II. 8K-Video in RAW mit bis zu 60 FPS macht sie mittlerweile spielend. Allerdings muss man dann auf eine aktive Stabilisierung verzichten. Nutzt man den optional erhältlichen Batteriegriff mit integrierter aktiver Kühlung, kann man das Ganze dann sogar 120 Minuten lang am Stück aufnehmen. Der Griff, also diese Kombination aus Kühlung, Batteriegriff und ich glaube, da gibt es noch einen Ladenanschluss zu, kostet übrigens mal eben kurz dezente 600 Euro. So Pi mal Daumen. Wer 8K-Aufnahmen haben möchte, kommt um eine schnelle CF-Expresskarte jedoch auch nicht drumherum, da die Kamera in der bestmöglichen Einstellung mal eben schnell 2600 Megabit pro Sekunde schreibt. Das ist mal nicht schlecht. Und ebenfalls nicht schlecht, Canon Log 2, welches endlich wieder mit an Bord ist. Ach so, darüber hinaus allerdings auch Canon 709, C-Log 3, PQ, HLG, Rack 709 und die Möglichkeit, 14 weitere freie Plätze mit seinen eigenen Profilen zu belegen. Zudem kann ich mir ein Waveform-Monitoring als Helligkeit- oder RGB-Parade anzeigen lassen. Schalte ich das alles komplett ein und kommt auch noch der Audio-Pegel als Kontrolleinheit mit dazu, erkenne ich auch in der Kombination mit den dann dargestellten bunten Farben vom eigentlichen Bild allerdings nicht mehr so viel. Das macht Sony zum Beispiel wieder besser. Da sind nämlich die meisten Anzeigen innerhalb des schwarzen Randes und stören nicht im eigentlichen Bild. Richtig cool allerdings ist die Möglichkeit, sich Falschfarben auf dem Display direkt anzeigen zu lassen. 4K mit bis zu 120 FPS und sogar 2K mit bis zu 240 FPS ist für die Canon R5 Mark II kein Problem. Ach so, dieses 2K sorgt übrigens im Vergleich zu Full HD für einen kleinen Zuwachs an Details. Dank der hohen Auflösung des Sensors schafft sie auch wieder ein Downsampling auf 4K mit bis zu 30 FPS. Dann heißt das Ganze 4K fein und sorgt für ein noch schärferes und detailreicheres Bild. Das konnte der Vorgänger jedoch auch schon. Was der Vorgänger allerdings nicht konnte, war die Einstellung unterschiedlicher Videokodex. War die R5 der ersten Generation noch eingeschränkt, kann man nun zwischen H264 und H265 sowie zwischen 8-Bit und 10-Bit mit jeweils 422 und 420 variieren. Und sollte einem die Datenmenge über den Kopf wachsen, kann man auch hier je nach Einstellung eine Menge an Komprimierungsstufen wählen. Das Rolling-Shutter-Verhalten ist im Vergleich zu R5 ein Witz bzw. so gut, dass man eigentlich nicht drüber reden braucht. Innerhalb meines Tests hatte ich übrigens keine zeitliche Beschränkung. Endlich! Und auch kein Problem mit Überhitzung. Endlich! Von daher verzichte ich an dieser Stelle auf einen ausführlichen Test. Hier hat alles wirklich gut funktioniert. Beziehungsweise, ich empfehle natürlich, die Abschalttemperatur für diese bestmögliche Performance auf hoch einzustellen. Was mir allerdings noch aufgefallen ist und ich super, super komisch finde, ist ein eigentlich recht starkes Rauschen, was die Kamera produziert. Die hat doch gar keinen Lüfter, oder? Also, wenn ich die Kamera anmache und ich habe sie ein bisschen laufen, jetzt aktuell ist sie gerade eben angemacht worden, dann macht die Kamera ein recht großes, recht lautes Rauschgeräusch. Hört mal, ich versuche das mal eben hier ans Mikro zu halten. Das ist merkwürdig und voll das Problem eigentlich, denn auch wenn man es nicht machen sollte, wollt ihr euch aufnehmen und ihr habt gerade mal kein Mikro zur Hand, also wollt ihr euch intern aufnehmen mit dem internen Mikrofon, dann klingt das so. So, ich sitze jetzt hier in meinem Wohnzimmer, habe überall die Fenster geschlossen und dafür gesorgt, dass hier keine Nebengeräusche existieren. Ich bin mal eben ganz kurz ruhig, damit ihr hört, was die Kamera für ein Eigengeräusch produziert. Also, ich weiß nicht, ganz ehrlich, das ist eigentlich nicht zu gebrauchen, bin ich ganz ehrlich. Allerdings muss ich auch sagen, wer seine Aufnahmen ohne externe Mikrofone aufnimmt oder mit einem Aufsteckmikrofon, der meint es dann wahrscheinlich mit seinen Videoaufnahmen sowieso nicht ernst. Man kommt also um ein Aufsteckmikro nicht drumherum, was aber ja sowieso sehr viel mehr Sinn macht. Vor allem, weil Canon dank des neuen Multi-Blitzschuhen nun auch den Anschluss von Mikrofonen erlaubt. Keine Akkus mehr laden, kein Kabel mehr anschließen, draufstecken und loslegen. Sehr cool ist übrigens das anpassbare Quick-Menü, welches man nach seinen Wünschen konfigurieren kann. Dank Bluetooth 5.3 und WiFi 6 kann ich meine Daten kabellos direkt auf einen FTP-Server zu Image.canon an meinen Computer oder mein Smartphone senden. Ach und wenn man schon ein so schönes und informatives Schulterdisplay verbaut, weshalb wird dann auf diesem nicht angezeigt, wie voll mein Akku ist? Dafür muss ich immer erst die Kamera anmachen. Und noch kurioser ist es, dass mir beim Laden der Kamera auf dem Schulterdisplay zwar ein schönes Ladesymbol angezeigt wird, den eigentlichen Ladestand sehe ich aber leider nicht. Das sorgt allerdings auch nicht für bessere oder schlechtere Fotos oder Videos, da bin ich auch ganz ehrlich. Abschließend, und das finde ich extrem cool, hätte ich selber gerne das kleine süße Tally Light, welches einem anzeigt, dass man gerade eine Aufnahme macht und das Leben eines Videografen bestimmt in vielen Situationen erleichtert. Also ihr merkt schon, mein erster Eindruck der Canon R5 Mark II war irgendwie richtig, aber auch nicht korrekt. Klar, weil viel zu wenig Zeit, um das ganze System zu testen. Jetzt, wo ich das testen durfte und konnte, merke ich, wie extrem die Weiterentwicklung auch zum ersten Modell war oder ist, die ich ja hatte. Das war ja eines der Gründe, warum ich jetzt bei Sony bin, weil ich mir eine super teure Kamera gekauft habe, von der ich gedacht habe, die unterstützen mich jetzt die nächsten Jahre. Aber nein, hat sie leider nicht. Also zumindest im Videobetrieb hat sie mich sehr, sehr oft ausgebremst statt unterstützt. Würde ich jetzt eine R5 Mark II wieder kaufen? Vielleicht die Frage bei dem einen oder anderen im Kopf. Und da bin ich ganz ehrlich, ich bin, ich möchte das nochmal erklären, vielleicht weiß das nicht jeder, ich bin selbstständig. Ich bin Fotograf, Videograf, Webdesigner. Ich muss von dem, was ich da tue, leben. Und eine Kamera, wie eine Sony Alpha 7 IV, die man vielleicht für knapp 3000 Euro bekommt, wenn sie neu auf dem Markt ist, plus ein Objektiv etc., dann liege ich irgendwo bei 5000, 6000 Euro. Statt hier, neue Kamera, plus Objektive, liege ich bei 10.000 Euro. Diese 10.000 Euro muss ich ja erstmal irgendwie wieder verdienen. Davon muss ich ja irgendwie leben können. Also hier wird das jetzt wirtschaftlich für mich keinen Sinn machen und ich würde noch einmal zu Sony greifen. Auch wenn ich jedes Mal, wenn ich diese Kamera in die Hand nehme, denke, wow. Wollt ihr noch irgendwas wissen, auf was ich irgendwie jetzt nicht eingegangen bin, dann stellt mir gerne diese Fragen. Wollt ihr übrigens ein weiteres Video sehen zur R1, die ja hoffentlich bald auch kommt, dann macht es Sinn, diesen Kanal zu abonnieren, denn dann werdet ihr hierzu auf jeden Fall auch das passende Video bekommen. Ist doch klar. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch einen guten Start ins bevorstehende Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Woche, Donnerstag, 16 Uhr. Wie immer, bleibt gesund. Ciao.